Wir wollen, dass alle Übungen während des Turnais regelgerecht aufgebaut sind und wir die auch noch brauchen, das ist der Turniermarschall Herr Joachim von Zeebelingen, wo seid ihr? Ja! Das ist ein guter Ball! Und ich zeige euch, Turniermarschall Joachim von Zeebelingen, man sieht seine Erfahrungen, er hat sie im Gesicht geschrieben, ein grauer Bart zieht seine Falten und so ist es, der Turniermarschall ein erfahrener Herr, der dafür sorgt, dass Recht und Ordnung beiden Reitern vorhält. Nun, zum guten Schluss werdet ihr euch zu Königstein und hiermit sei es euch nochmal gefordert, dass ihr euch von eurem Nachbarn erhebt, denn nun reiten sie ein, die hohen Rennen zu Ross, der Munzenberger Ritter und Eberhardt! Wir empfangen sie mit einem kräftigen Angeklapper, Hände und Roman und... Der erste Gruß der Hohen Herren zu Ross geht den Rittern zu Königstein! Seid auf das Ehrenwürdigste begrüßt! Und der zweite Gruß folgt zu Königstein, der gilt euch! Oh, ihr seht schon, Eberhardt tut sich noch etwas schwer. Dieser Gruß gilt euch, folgt zu Königstein! Ei, 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 Eberhardt! Bleibt oben! Ei, wen habt ihr mir denn da gebracht? Oh, das ist Eberhardt! Wollen wir es noch einmal versuchen, etwas Motivation in den armen Kern zu bringen? Ihr seht, er ist etwas labil! Irgendwie! Und... Eber! Ja! Eber! Ja! Ein Hünnis... Vielen Dank.